Du weißt nicht genau, wie du eine Bewerbung für eine Ausbildung schreibst und was dort alles reingehört? Keine Sorge, wir erklären dir im Video, wie es geht. Du bist auf der Suche nach einer passenden Ausbildung? Dann komm auf studyflix.de und finde Zehntausende offene Ausbildungsstellen. Super, du hast dich für eine Ausbildung entschieden. Damit du deine Traumstelle auch bekommst, musst du zuerst mal eine Bewerbung schreiben. Darin zeigst du dem Arbeitgeber, was du bis jetzt in deinem Leben gemacht hast und warum du die Stelle haben möchtest. Es heißt, dass die zuständige Person dort manchmal nur wenige Minuten Zeit hat, um deine Bewerbung zu lesen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass du dir bei deiner Bewerbung Mühe gibst und diese fehlerfrei und vollständig abschickst. So schaffst du es, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen und wirst nicht direkt aussortiert. In deine Bewerbung gehören immer drei Sachen. Ein Anschreiben, dein Lebenslauf und deine Anlagen. Worauf du dabei jeweils achten musst und was genau du schreiben kannst, zeigen wir dir jetzt Schritt für Schritt. So kriegst du mit möglichst wenig Aufwand einen coolen Ausbildungsplatz. Also legen wir los. Dein Anschreiben ist wie eine Art Brief an das Unternehmen und der wichtigste Teil der Bewerbung. Du sagst darin, auf welche Stelle du dich bewirbst und warum du das Unternehmen ausgesucht hast. Außerdem zeigst du, weshalb du der perfekte Kandidat für die Stelle bist. Grundsätzlich ist dein Anschreiben eine Seite lang. Schauen wir uns jetzt an, wie du es aufbaust. Den Anfang des Anschreibens bildet der Briefkopf. Dort stehen deine Kontaktdaten und die der Firma. Weiter geht's mit dem Betreff. Das ist eine Art Überschrift mit den wichtigsten Infos zur Stelle. Hier siehst du ein Beispiel, wie das dann aussieht. Für die Anrede suchst du im Internet oder in der Stellenanzeige nach dem passenden Ansprechpartner. Du solltest lieber nicht mit sehr geehrte Damen und Herren beginnen, denn sonst könnte das Unternehmen denken, dass du dich nicht richtig informiert hast. Mit dem ersten Satz willst du jetzt direkt das Interesse des Personalers wecken. Starte hier mit einer Frage wie Sie suchen ein teamfähiges, engagiertes und kreatives Mitglied in ihrem Unternehmen? So hat der Personaler, also die Person, die deine Bewerbung anschaut, eher Lust, dein Anschreiben weiterzulesen. Erkläre nun im Hauptteil deine persönlichen Stärken, die für die Stelle wichtig sind. Gehe auch auf deine Motivation ein und welche Qualifikationen dich zu einem guten Bewerber machen. Das können etwa wichtige Sprachkenntnisse sein oder deine Softskills, wie zum Beispiel Teamfähigkeit, Kreativität und Zielstrebigkeit. Perfekt! Zum Schluss drückst du nun erneut dein Interesse an der Stelle aus und zeigst deine Motivation. Das Anschreiben endet mit dem Gruß mit freundlichen Grüßen. Vergiss dabei nicht deine Unterschrift. Psst! Für richtig gute Formulierungen und weitere Tipps für dein Anschreiben hilft dir unser extra Video weiter. Perfekt! Kommen wir nun zu deinem Lebenslauf. Im Lebenslauf gibst du deine persönlichen Daten an und zeigst, was du bisher in deinem Leben so gemacht hast. Außerdem listest du hier auf, welche Schule du gerade besuchst oder besucht hast. Gib hier auch besondere Fähigkeiten an, die in der Ausbildung nützlich sein könnten. Wenn du weitere wichtige Informationen angeben möchtest, kannst du zusätzliche Abschnitte hinzufügen. Das können zum Beispiel erste Berufserfahrungen, deine Hobbys, Interessen und soziales Engagement sein. Perfekt! Dann kommen wir jetzt zum letzten Teil deiner Bewerbung, den Anlagen. Das sind beispielsweise Zeugnisse, Urkunden oder Zertifikate, die deine Fähigkeiten belegen. So sieht der Personaler, dass du deine Kenntnisse auch tatsächlich hast. Nachdem du deine Bewerbung fertiggestellt hast, kannst du diese per Post, per Mail oder in Form einer Online-Bewerbung abschicken. Fast geschafft! Achte aber unbedingt noch auf die Bewerbungsfristen. Wann du dich für deine Ausbildung bewerben musst, hängt vom jeweiligen Ausbildungsberuf ab. Generell kannst du dir merken, dass du zu Beginn deines letzten Schuljahres mit dem Bewerben beginnen solltest. Wenn du das erfolgreich gemacht hast und in der engeren Auswahl bist, wirst du wahrscheinlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Dort wirst du zum Beispiel gefragt, warum du genau diese Ausbildung machen willst. Auch weitere Fragen werden im Gespräch auf dich zukommen. Bleib deshalb unbedingt dran und schau dir unser Video zum Vorstellungsgespräch für die Ausbildung an. Dir hat das Video gefallen? Dann komm auf studyflix.de und finde den Beruf, der genau zu dir passt. Bis zum nächsten Mal.